Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten von und mit André Christen. Und das bin ich mit einer neuen Folge zum Lebensweg. Wir sind im Jahr 2010 im Anschluss an die letzte Folge zum Lebensweg, wo ich ja drüber berichtet habe, wie die ersten zehn Jahre die beruflichen Stationen und die Aufgaben auf Trägerebene waren als Erzieher. Nun war es Sommer 2011 und ich habe die ersten Kontakte mit einem neuen Träger aufgenommen. Der hat mich gefragt, ob ich mal vielleicht vorhabe, was anderes zu machen. Und das kam mir wie gerufen, weil ich ja, wie ich in der letzten Folge erwähnt hatte, ein bisschen Probleme hatte mit dem Geschäftsführer des Trägers und mich einfach auch nicht mehr so wohl gefühlt habe. Ich war dann auch kurz vorm 40. Geburtstag und irgendwie war mir danach nochmal was anderes zu machen. Vorab sei vielleicht schon mal gesagt, im Rückblick, ich habe dann fünf Jahre bei dem neuen Träger gearbeitet, im Rückblick hätte ich vielleicht dort schon den größeren Wechsel und Schritt in meinem Leben machen können. Aber wie es halt so ist, da glaube ich auch fest dran, sind all diese Erfahrungen ganz viel wert und ich habe eben nochmal fünf Jahre eine andere Erfahrung gemacht und machen dürfen. Im Spätjahr 2011, äh 2010 hat sich das dann rauskristallisiert, dass ich wechseln werde. Das sollte auch relativ schnell vonstatten gehen und ich hatte laut meinem Arbeitsvertrag auch nur vier Wochen Kündigungsfrist, war ja aber schon jetzt zehn Jahre da. Und dann hat der Arbeitgeber gesagt, nee, 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 du hast eine viel längere Kündigungsfrist. Ich habe dann mit der Gewerkschaft und mit dem Rechtsbeistand der Gewerkschaft gesprochen und die haben gesagt, naja, man könnte jetzt klagen und würde dann irgendwie wahrscheinlich bei den vier Wochen rauskommen. Aber die meisten Arbeitsgerichte oder die Richter bei den Arbeitsgerichten stellen dann einen Vergleich an und dann kommt man dann auch wieder auf zwei oder drei Monate. Naja, wir hatten uns dann geeinigt, dass ich nicht zum 1.12. gehe, sondern zum 31. Januar und das war dann auch nach ein bisschen hin und her mit dem neuen Träger auch möglich. Denn bei dem neuen Träger war das so, dass das eine Stelle war, die für 30 Stunden über einen Fonds bezahlt wurde, beziehungsweise über ein Projekt der Bundesregierung. Für den ländlichen Raum war das und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß. Auf jeden Fall waren die 30 Stunden, Wochenstunden dafür vorgesehen. Und das musste eben erst mit der Zuschussstelle geklärt werden, weil die Stelle, die ich übernommen habe, war ein halbes Jahr vakant und dieser Zuschuss, der noch, ich glaube, zwei Jahre lief, der war halt ausgesetzt. Und damit man den wieder reaktivieren konnte, musste das in Berlin halt da geklärt werden. Also, es war eben so, dass ich dann zum 31. Januar gegangen bin. Ich hatte noch ein bisschen Resturlaub. Ich glaube, ich habe noch eine Woche frei gehabt oder vier, fünf Tage. Es gab eine große Verabschiedung und nach den zehn Jahren, die auch sehr emotional für mich war. Ja, und dann habe ich beim neuen Arbeitgeber angefangen. Wie gesagt, 30 Stunden Leitung. Und dann habe ich ja, ich habe gesagt, ich muss eine volle Stelle haben, weil ich das auch zur Finanzierung brauchte meines Lebens. Ich war ja zu dem Zeitpunkt noch in der Verbraucherinsolvenz. Das habe ich in einer der letzten Lebenswegfolgen ja auch erzählt. Und deshalb war ich einfach auf eine volle Stelle auch angewiesen. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du dir denn vorstellen, noch in der Schule mitzuarbeiten? Da gab es Hausaufgabenbetreuung. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, kann ich mir vorstellen, gar kein Problem. Deswegen bin ich ja eigentlich Erzieher geworden, gar nicht, um eine leitende Stelle zu haben. Das war ja ins kalte Wasser und letztendlich gar nicht so vorgesehen von mir, dass ich das gleich nach der Erzieherfachschule gemacht habe. Und bin dann zu dem anderen Träger eben mit einer geteilten Stelle und habe dann 30 Stunden, war ich freigestellt für Leitung, für die Betreuung der unter Dreijährigen. Und da haben wir ein ganz besonderes Modell gehabt mit Tagesmüttern, die aber alle eine fachliche Ausbildung hatten. In Deutschland ist es so, man kann, also zu dem Zeitpunkt war das so, das ist heute vielleicht auch wieder ein bisschen anders. Man konnte mit, ich glaube, 180 Stunden Ausbildung, was ja eigentlich nichts ist, Tagesmutter werden. Das war halt von der Qualifikation immer nicht so toll. Und jetzt war es eben bei dem Träger so, dass der nur Fachpersonal eingestellt hat. Aber die Tagesmütter, also die Erzieherinnen und Pädagoginnen haben vorwiegend zu Hause gearbeitet mit fünf Kindern alleine, wie das die Tagesmütter eben auch machen. Aber es war eben ausgebildetes Fachpersonal und ich habe sie begleitet. Ich habe die Elternarbeit gemacht, Aufnahmegespräche gemacht mit den Eltern, habe Dienstbesprechungen mit den Kolleginnen gemacht, Weiterbildungen mit den Kolleginnen gemacht und mich um das ganze System gekümmert. Ich habe neue Stellen erschaffen. Es war eigentlich damals eben auch in diesem Projekt so gedacht, dass wir noch mehr neue Stellen schaffen, was uns leider so in den zwei Jahren, zwei oder drei Jahre habe ich das noch so gemacht, nicht gelungen ist. Und die geteilte Stelle war eben so, dass ich dann mittags, nachmittags für zwei Stunden, glaube ich, am Anfang in die Schule gegangen bin und mit den Dritt-Viertklässlern Mittag gegessen habe. Ich habe den Mittagessen ausgegeben in der Küche und bin dann mit denen im Klassenraum und habe Hausaufgaben begleitet. Und dann bin ich wieder ins Büro gegangen und habe wieder für die Tagespflege die Leitungssachen geregelt. Das hat sich dann nach den zwei Jahren eben geändert, weil das Projekt auslief, die Stelle natürlich nicht mehr so finanziert war und es waren nicht genug Tagespflegestellen, um wirklich dann auch diese 30 Stunden Freistellung zu ermöglichen. Das war für mich aber nicht schlimm, denn ich habe wirklich gerne in der Schule gearbeitet und habe dann einfach mehr Stunden in der Schule bekommen. Ich hatte dann noch, glaube ich, 20 Stunden Freistellung und die anderen 18,5 Stunden war ich dann in der Schule. Ich glaube, so ungefähr war das aufgeteilt. Ganz genau erinnere ich das schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es so, dass ich dann in der Schule auch Projektarbeit übernommen habe. Also ich war jeden Nachmittag dann bis, also montags bis freitags bis um 17 Uhr in der Schule, habe Hausaufgabenbegleitung gemacht und Projekte mit den Kindern. Verschiedene Kurse gegeben, Kochen für Kinder und, und, und. Letzten Endes war das eine ganz tolle Geschichte und ich habe echt gerne mit den Kindern gearbeitet, weil das Grundschulalter auch so immer das Alter war, was ich schon früher in der ehrenamtlichen Jugendarbeit gerne gemacht habe. Also das ist einfach ein Alter mit den Kindern, wo ich gut arbeiten konnte und was mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und mir auch gut gefallen hat. Insofern war das wirklich toll, aber im Nachgang, wie ich es eingangs schon gesagt habe, habe ich mich letztendlich verbessert, auf jeden Fall, was den Arbeitgeber anbelangt. Das war eine traumhafte Zusammenarbeit, aber am Ende ging es halt nicht mehr. Es war einfach zu viel durch diese zweigeteilte Stelle, dieses Hin und Her, das war echt nervenaufreibend. Das habe ich aber auch erst im Nachgang, nachdem ich dort aufgehört habe, letztendlich erst dann für mich auch festgestellt. Also während ich dort war, war das nie negativ für mich behaftet. Es ist auch heute nicht negativ behaftet, aber mit einem anderen Hintergrund oder mit einem anderen Blick da drauf. Der hat mir damals eben gefehlt und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich dort aufgehört habe zu arbeiten. Wie das war und warum das war und wie das weiterging, das erzähle ich dann in der nächsten Folge zum Lebensweg, in ungefähr vier Wochen wieder, wenn du dann wieder einschaltest, zu den Lebenswegfolgen. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch diese Folge wieder teilst und gerne bei Spotify unten drunter mal die neue Funktion austestest, Fragen und Anmerkungen zu dieser Folge zu stellen. Da gibt es einen neuen Button, wo du antworten kannst und dann schalte ich das frei, die Antwort und dann ist es für alle öffentlich zu sehen. Ich kann leider noch nicht direkt darauf antworten. Ich kann dann eine eigene Antwort verfassen und dir unten drunter schreiben. Also macht da gerne von Gebrauch. Ich bin mal gespannt, wie das so bei euch ankommt. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andré-anderswo.de vorbei. Ganz lieben Dank. Untertitelung des ZDF, 2020